Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Bros. Wonder mit Glutdrakos. Ich bin mal gespannt was das für Viecher sind. Oh mein Gott. Okay, interessant. Das ist ein System aus Super Mario Galaxy. Und zwar nennt sich dies, wie nennt sich das nochmal? Ähm. Ach, wie heißt das nochmal? Diese. Es gab so Level, wo du Silbersterne sammeln musstest. Natürlich wurde ich getroffen. Ich dachte, da käme jetzt nach den Münzen eine Plattform. Ist aber nicht gekommen. Oh mein Gott. Ich hab schon Angst gehabt, dass da wieder so ein Viech rauskommt. Keine Ahnung, was hier ist. Nichts. Ich bin der Warum kann ich da nicht hoch? Da war ein Buck, der Alpha-Wall, asoziale Scheiß-Alpha-Wall. Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Ja, ja! Ja, 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 ja! 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 gegen die Brücken. Nicht schlecht, ist die Brücke noch stabiler als zuvor, würde ich sagen. Och, ne. Ein Luftschiff... Ne, das ist kein Luftschiff-Battle, sondern ein Magma-Schiff-Battle, oder was? Hier ist ja keine Luft, wirklich. Oder? Doch. Luftgaleere in den Magmatiefen. Das ist so widersprüchlich, ne? Luftgaleere in den Tiefen. Gut. Ich hätte mir gewünscht, dass dieses... Dass die Luftgaleeren sich auch zwischendurch mal anpassen. Zum Beispiel, dass die jetzt hier rot wäre, oder irgendwie sowas. Das wäre irgendwie geil. Jetzt kommt wieder die geile Mucke, yo. Neue Gegner. So ein Tile-Scroll, ne? Also es ist nicht die ganze Zeit. Das ist mir egal. Ich hab die Coin. Das ist wichtiger. Das ist wichtiger als Leben. Die Coin zu haben, ist wichtiger. Und diese silbernen Röhren sehen auch so geil aus, ne? Ach, das ist so ein Verfolger. Komm, Scrolling, geh weiter. Hallo? Scrolling! Scrolling! Dieung! 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 Das ist nicht so schön. Ich hoffe, dass man kein Fehler ist, wenn man den Schalter nicht gedrückt hat. Oh mein Gott. Oh, Glück gehabt. Oh nein. Oh, da oben war sie. Oh mein, hier. Ach, die folgen mir. Oh, das hab ich nicht gesehen. Alter, sind die schnell. Immerhin hab ich den Wundersamen. Gut, jetzt können wir sterben. Ich muss die Münze noch holen. Die Münze war aber auch mies, ey. Ich muss die Münze noch holen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich weiß gar nicht, wofür das da sein soll. Warum muss da oben das Feuer gelöscht werden? Ich weiß nicht, wir haben nichts mehr gehört. Ein anderes Feuer gelöscht. Ich weiß nicht, aber du hast auch gehört. Das ist ein Business, ne? Ja. Und jetzt stürzt er in die Lava. Komm, stürze in die Lava. Schade. Okay, es sieht irgendwie weird aus, dass das da nicht in die Lava liegt. Das ist echt schlecht, aber es tut mir leid. Lava-Region-Info. Lass mal gucken, wo wir gerade sind. Wir haben gerade das Castle gemacht. Da hinten könnten wir natürlich noch weiter machen. Aber ich will jetzt erstmal hier weitergehen, glaube ich. Heißes Cluster. Und danach gibt es das nächste Observatorium. Weiß. Oh, wie süß. Was ist hier? Hier muss doch irgendein Secret sein, oder? Ja, ist es auch. Hä? Aber da ist nichts Besonderes. Ah. Ah. Schade. Was ist das eigentlich für ein Drache im Hintergrund? Was ist das? Hier geht's rein. Zweite Coin. Oh Mist. Was ist das? Komm her. Da ist die fucking Blume. Was bist du? Ach, das ist ein Popcorn. Oh mein Gott, jetzt habe ich das kapiert. Ja, komm zurück. Alter, komm hier hin. Ja. 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 Du bist ein großartiger. Und ich muss ausbrechen und hier wachsen. Ah, ich kann mich schon vorstellen, wie das ist. Aha. Es klingt nett. Oh, geil. Oh mein Gott. Alter, hol das scheiß Ding. Meine Fresse. Geht'st, uh. Das war's für heute. Okay, natürlich ist der Samen dahinten. Ich lebe! Ich lebe! Wunder, sieet! Wee! Das war sowas von der frischen... Ja... Schade. Äh? Oh mein Gott. Boah! Wie ich das Popcorn gepoppt habe, ey. Es wurde popcornisiert. Ach, als Elefant kann man hier rüber laufen, ja. Aber auch so geht's. So, es passt irgendwie, es passt irgendwie voll gut, so dieses rot-schwarz-weiß und dann dieses rosa Haus damit. Passt voll gut. Das war voll geil mit dem Regen, ne? So, alles wird cool. Oh, hier gibt's ein Secret Exit. Oh Gott. Ich seh da rechts schon. Äh, da links noch was. Fuck! Zack, nie, da gibt's ja noch was, ey. Ich habe völlig drauf ge... äh, keine Ahnung, was er gesagt hat. Ich hab zu viel schnell weggeklickt. Ja, es ist sogar ziemlich gefährlich da draußen. Ich weiß nicht, wie du es da aushältst. Da fällt mir ein, ich hab hier was nützliches gefunden. Du darfst es nehmen. Ich zähle auf dich! Nice. Oh ja... Ich muss mir jetzt angucken, wo die hier dieses Secret ist, ja. Ja, ja, natürlich ist es ein Secret, ja. Ach, aber ich weiß nicht, wo es ist. Deswegen sage ich, danke für's zusehen. Ich schaue mich mal Laufskill da drin um. Aber ich sehe eine grüne Röhre. Es hat was mit einer grünen Röhre zu tun. Weil sonst wird das ja nicht in dem Icon da rumschwirren, oder? Dann gucke ich mir das mal an. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und tschüss.